Die Römer! Die Römer kommen! Das ist eine Frau! Gib zu, dass du noch niemanden so sehr verabscheut hast wie mich. Jawohl, ich verabscheue dich, du hast es erraten. Da kommt Romulus! Er hat es sogar gewartet, die Königstochter zu rauben! Ich bin Romulus, König von Rom. Ihr wollt den Krieg, nicht wahr? Ja, wir werden Rom zerquetschen. Ziehen wir also gegen Rom, verfreien wir die Sabinerinnen und vertrauen wir auf den Schutz der Götter. Du wirst nicht der erste Mann sein, Romulus, und auch nicht der erste König, der sich vor einer Frau verneigt. Du kannst von mir verlangen, was du willst, aber hergeben werde ich dich nicht wieder. Tod den Römern! Die Sabiner, wir sind verraten worden. In dieser Nacht wird Rom entweder untergehen oder für immer leben. Und ich bin ganz sicher, dass es leben wird. Romiert euch zu verdrahten! Weicht zum Tempel zurück! Reha! Unruhen! Unruhen! Vielen Dank.